Ein strukturiertes Menü und eine intuitive, einfache Navigation wie hier bei Lotus Crafts steigern den Umsatz deines Shopify Shops. Sie führen Kundinnen und Kunden schneller zum Kauf und sind deswegen extrem wichtig für die Customer Journey. In diesem Video zeigen wir dir deshalb, wie du dein Menü strukturiert Schritt für Schritt anpassen kannst und worauf du da beachten musst. Also, let's go! Wenn wir über Menü und Navigation sprechen, dann sprechen wir in der Regel über zwei verschiedene Dinge. Einmal das Hauptmenü und einmal das Fußzeilmenü. Wir schauen uns das Ganze einmal im Beispiel hier von Lotus Crafts an, die das in ihrem Shopify Shop aus meiner Sicht sehr, sehr gut lösen. Das Hauptmenü findet ihr natürlich ganz oben auf der Seite und neben der Struktur eurer Startseite, wo ihr Produkte und Kategorien zeigt, ist das Hauptmenü mit das wichtigste Element, um Kunden und Kundinnen durch euren Store zu guiden, um ihnen dabei zu helfen, dass sie die Produkte und Kategorien finden, die sie auch wirklich kaufen wollen. Lotus Crafts hat das hier so gemacht, dass sie für ihre drei großen Bereiche Yoga, Meditation und Bekleidung jeweils die Produkte und Kategorien darunter ziemlich ordentlich aus meiner Sicht sortiert haben. Und das führt dazu, dass Kunden und Kundinnen ziemlich schnell das finden, was sie suchen. Zusätzlich könnt ihr im Hauptmenü noch Hilfe- und Kontaktseiten anbieten oder anzeigen und eine Über-und-Seite für alle Leute, die mehr über euch und eure Brand erfahren wollen. Lotus Crafts hat das hier jetzt so gelöst, dass sie das hier oben in so einer Art Submenü haben. Ob ihr das auch so machen könnt, das steht und fällt mit dem Theme, das ihr benutzt, ob es diese Funktionalität anbietet. Ansonsten könnt ihr diese Menüpunkte aber auch in euer normales Menü, wenn es gut strukturiert ist, einfach mit einbauen. Gehen wir einmal zur Fußzeile. Die Fußzeile ist natürlich nicht so wichtig wie das Hauptmenü, um die Leute zum Kaufabschluss zu führen. Ihr solltet aber das Fußzeilmenü auch nicht vernachlässigen. Das ist schließlich der Abschluss eurer Seite und auch wenn jemand nach ganz unten scrollt, soll das ja noch vernünftig und ordentlich aussehen. Das Fußzeilenmenü hat eine ganz wichtige Funktion und zwar verlinkt ihr hier in der Regel eure Rechtstexte, die ihr in eurem Shopify-Shop zeigen müsst, um rechtskonform zu sein. Dazu gehören das Impressum, AGB, Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung. Was ihr auch machen könnt, und so macht das Lotus Crafts auch, ist, dass ihr unten noch Kundenservice-Dienstleistungen zusätzlich anbietet. Das heißt, dass ihr nochmal euer Kontaktformular verlinkt, häufige Fragen wie FAQs, auf denen ihr die wichtigsten Fragen beantwortet, aber auch Infos zu Retouren, Umtausch und Versandkosten darstellt. Die Newsletter-Funktion ist auch Teil der meisten Shopify-Themes und kann im Theme-Editor einfach aktiviert und deaktiviert werden. So, jetzt schauen wir uns das Ganze aber einmal im Shopify-Admin-Bereich an und wie ihr das Ganze dort strukturiert und sauber anlegt. Um eure Menüs und Navigation zu bearbeiten, klickt ihr im Shopify-Admin-Bereich auf Online-Shop und dann unten auf Navigation. Auf der rechten Seite, in diesem Bereich, siehst du jetzt deine Menüs. Standardmäßig hat Shopify immer das Fußzeilen-Menü und das Hauptmenü angelegt. Wir haben hier mal noch im Laufe von Tutorials Hilfe und Kontakt und ein neues Hauptmenü als Test angelegt. Lasst euch davon gerade nicht irritieren. An der Stelle ganz wichtig, wenn ihr jetzt auf Hauptmenü oder Fußzeilen-Menü klickt und diese aktuell in eurem Shopify-Store im Theme-Editor verlinkt habt, dann wird jede Änderung, die ihr hier macht und zwischenspeichert, direkt live in eurem Store angezeigt. Das heißt, wenn ihr vorhabt, euer Menü groß umzustrukturieren, viele Punkte zu ändern und zwischendurch zwischenspeichern wollt, dann empfehlen wir euch ganz klar, klickt hier oben auf Menü hinzufügen, legt ein ganz neues Menü an. Hier könnt ihr dann alle Änderungen in Ruhe durchführen, ihr könnt zwischenspeichern, ihr dürft Fehler machen. Wenn es nicht in eurem Shopify-Shop im Theme-Editor verlinkt ist, wird das für eure Kunden auch nicht sichtbar. Das heißt, bei Größenänderungen ein neues Menü hinzufügen. Wenn ihr alles fertig habt, dann verlinkt ihr dieses neue Menü einfach im Theme-Editor. Wie das funktioniert, zeigen wir euch später im Tutorial auch noch. Wenn du jetzt eins deiner Menüs anpassen möchtest, klickst du auf das jeweilige Menü. Wir machen das Ganze jetzt einmal am Beispiel des Hauptmenüs. Hier siehst du jetzt die aktuelle Struktur, die wir bei uns im Online-Store haben. Wir haben hier unter Shop unsere Produkte sortiert mit verschiedenen Kategorien und darunter sogar einzelne Produkte verlinkt. Wir zeigen aber auch eine Über-uns-Seite, haben Hilfe und Kontakt hier angelegt etc. Wir wollen jetzt einen neuen Menüpunkt hinzufügen. Und zwar haben wir eine Kategorie, in der sind nur Evora-Keramikteller drin. Diese Evora-Teller, diese Kollektion wollen wir nur im Menü verlinken. Dazu klicken wir unten auf Menüpunkt hinzufügen. Wir geben der Kategorie einen Namen, so wie sie auch im Shopify-Shop angezeigt werden soll. Das heißt, das, was ihr hier beim Namen eintragt, das ist später auch das, was im Menü sichtbar wird. Jetzt haben wir hier unten ein Feld und haben hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu verlinken. Welche das alle sind, da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir wollen jetzt die Kategorie, die wir angelegt haben, mit Evora-Tellern verlinken. Das heißt, wir klicken hier auf Kategorien, wählen dann hier Evora aus. Et voilà, das war es schon. Anschließend klicken wir unten noch auf hinzufügen und der Menüpunkt ist erstellt. Tatsächlich ist dieses Feld hier auch eine Art Suchfeld. Das heißt, was ich auch hätte machen können, ich hätte hier Evora angeben können, weil ich weiß, dass unsere Kollektion so heißt, unsere Kategorie so heißt. Und jetzt schlägt mir das Feld Produkte oder Kategorien vor, wo Evora dann vorkommen. Ich hätte dann hier auf Kategorien geklickt und dann auf Evora. Das heißt, wenn ihr hier sehr viele Auswahlmöglichkeiten, sehr viele Kategorien habt und nicht scrollen wollt, könnt ihr das auch als Suchfeld nutzen. Anschließend füge ich das Ganze hinzu. So, jetzt wollen wir natürlich noch den neuen Menüpunkt, der hier ganz unten in der Liste auftaucht, an die richtige Stelle schieben. Weil hier ist er falsch. Er soll ja zu Shop, zu unseren anderen Produkten und Kategorien, die wir da verlinkt haben. Das heißt, was ich an der Stelle jetzt machen kann, ich kann hier oben den Shop aufklappen, sehe dann jetzt alle Untermenüpunkte. Und was ich jetzt mache, ist, ich gehe zu unserem neuen Menüpunkt, klicke hier unten auf die sechs Punkte, halte meine linke Maustaste gerückt und kann das Ganze hier jetzt verschieben. Die blaue Linie, die ihr da im Hintergrund seht, die suggeriert euch, auf welcher Ebene ihr diesen Menüpunkt jetzt einfügen würdet, wenn ihr die Maus loslasst. Ich möchte jetzt hier oben das Ganze unter Shop anlegen. Das heißt, ich ziehe es so ganz leicht nach rechts, dass die blaue Linie unter Shop eingerückt ist. Und zwar auf die erste Ebene. Würde das an der Stelle jetzt auch lassen und würde anschließend auf Speichern drücken. Würde ich diese Evora Teller jetzt unter Tassen und Becher ziehen wollen, was natürlich für die Teller jetzt wenig Sinn ergibt, dann würde ich einfach das Ganze hier hinziehen. Und sehe hier auch wieder an der blau eingerückten Linie, dass ich jetzt in dieser Ebene unterwegs bin. Lasse dann einfach die linke Maustaste los und habe den Menüpunkt dort angeordnet, wo ich das möchte. Wir ziehen ihn jetzt an dieser Stelle. Anschließend klicke ich noch auf Speichern. Und fertig. So schnell habt ihr dann Menüpunkt angelegt und habt ihn eben auch an die richtige Stelle verschoben, an die ihr das Ganze verschieben wollt. Grundsätzlich habt ihr hier in euren Menüs die Möglichkeit, bis zu drei verschachtete Ebenen anzulegen. In unserem Beispiel hier wäre die erste Ebene Shop. Die zweite Ebene wäre dann zum Beispiel Evora Teller und Tassen und Becher, Schalen, Schüsseln und Vasen. Und die dritte Ebene wäre dann am Beispiel Tassen und Becher, die einzelnen Produkte, die wir hier runter verlinken. Ihr könnt natürlich jederzeit einen angelegten Menüpunkt bearbeiten, indem ihr einfach auf Bearbeiten an dieser Stelle klickt. Oder ihr könnt natürlich auch, ihr ahnt es schon über Löschen, die einzelnen Menüpunkte aus euren Menüs entfernen. Wenn ihr mit euren Änderungen durch seid, vergesst am Ende nicht, das Ganze abzuspeichern. Wir haben in diesem Beispiel hier jetzt eine neue Kategorie verlinkt. Ich habe es eben schon gesagt, ihr habt ganz viele andere Möglichkeiten, weitere Inhalte in eurem Menü zu verlinken. Und welche das alle sind, das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das heißt, wenn wir einen Menüpunkt hinzufügen und einmal hier reinklicken, sehen wir jetzt viele verschiedene Möglichkeiten. Startseite ist relativ selbsterklärend. Das führt natürlich auf eure Shop Startseite. Wenn ihr Suchen verlinkt, dann öffnet sich bei Klick auf den Menüpunkt, den ihr anlegt, die Suchenfunktion in eurem Store. Das könnte sinnvoll sein, wenn ihr zum Beispiel große Produktkataloge habt und die Suche häufig von euren Kundinnen und Kunden genutzt wird. Ihr könnt Kategorien anlegen, das haben wir gerade gemacht. Ihr könnt aber auch einzelne Produkte verlinken, wenn es sinnvoll ist, weil ihr zum Beispiel ein absolutes Bestsellerprodukt habt. Vielleicht habt ihr sogar nur einen One-Product-Store mit nur einem Produkt. Dann habt ihr natürlich auch keine Kategorien und verlinkt direkt auf dieses eine Produkt. Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, Seiten zu verlinken, wie zum Beispiel, wir haben es gesehen, eine Über-uns-Seite, die Kontaktseite oder FAQs, häufige Fragen, wenn ihr sowas erstellt habt. Wichtig ist hier, ihr könnt hier allerdings nur Seiten verlinken, die ihr auf der linken Seite auch unter Seiten erstellt habt. Ihr könnt hier ganze Blogs verlinken, das heißt, ein Blog, dann käme ich auf eine Übersichtsseite, wo alle Blogartikel dieses Blogs untereinander dargestellt sind. Ihr könnt aber auch einzelne Blogbeiträge verlinken, die direkt zu einem bestimmten Blogbeitrag führen. Richtlinien haben wir auch schon angesprochen, das hat eine besondere Relevanz für euer Fußzeilenmenü. Hier könnt ihr dann eure Rechtstexte wie Impressum, AGBs etc. verlinken, die ihr im Shopify Backend hinterlegt habt. Zwei Tricks möchte ich euch an dieser Stelle noch zeigen. Das eine ist, wenn wir jetzt hier bei uns im Store sind, hier oben auf Shop, wenn ich da draufklicke, dann komme ich ja nicht zu einer Kategorie, sondern das Einzige, was passiert ist, es öffnet sich das Dropdown-Menü mit unseren Verlinkungen, die wir auf der zweiten Ebene haben. So, wenn ich jetzt einen neuen Menüpunkt anlege, dann sehe ich aber, wenn ich jetzt einfach gar nichts eintragen will und klicke unten auf hinzufügen, steht, dass dieses Feld hier unten befüllt sein muss. Das heißt, wie schaffe ich es also, einen Menüpunkt anzulegen, der nirgendwo hinführt? Das mache ich einfach, Trick 17, indem ich hier ein Hashtag, eine Raute eintrage. Anschließend wird mir dieser Vorschlag hier gemacht. Da klicke ich drauf und dann klicke ich auf hinzufügen. Jetzt habe ich hier unten diesen Menüpunkt angelegt, den ich super als Obermenüpunkt verlinken kann oder anzeigen kann im Menü, wo sich dann eben nur ein Dropdown mit den Untermenüpunkten öffnen soll. Das Ganze löschre ich an der Stelle einmal kurz. Ihr seht das nämlich auch hier oben, genauso haben wir es bei Shop gemacht. Hier ist nur dieser Raute eingetragen, um das Ganze so darzustellen. Trick Nummer 2, den wir euch noch zeigen wollen und auch das hat eher wieder eine Relevanz fürs Fußzeilenmenü. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch E-Mail-Adressen verlinken. Das heißt, wenn ich einen Menüpunkt anlege, sagen wir mal, wir sind hier jetzt im Fußzeilenmenü und ich nenne den, schreibe uns eine E-Mail. Dann wird mir das im Fußzeilenmenü angezeigt und was ich hier jetzt machen würde ist, ich würde mail to Doppelpunkt und dann hallo at meine E-Mail.de zum Beispiel. Das ist jetzt eine ausgedachte E-Mail-Adresse. Ihr müsst hier natürlich eure Kontakt-E-Mail-Adresse dann hinterlegen. Wichtig ist, mail to Doppelpunkt, die E-Mail-Adresse, alles ohne Leerzeichen und auch dann kriege ich wieder diesen Vorschlag hier, kann da draufklicken, kann das Ganze hinzufügen. Und was dann passiert, wenn jemand auf diesen Menüpunkt klickt, ist, dass sich direkt der E-Mail-Client des Kunden oder der Kundin öffnet und er eine neue E-Mail quasi direkt schreiben kann, die sich öffnet, wo eure E-Mail-Adresse oben im Empfänger schon eingetragen ist. Das an der Stelle nochmal zwei kleine Tricks. Ich hatte es eingangs erwähnt, wenn ihr große Änderungen, viele Änderungen in eurem Menü macht, wo ihr zwischendurch zwischenspeichert, wo ihr vielleicht auch mal einen Fehler macht, ist es immer besser, ein neues Menü hinzuzufügen, weil die Änderungen, die ihr dann vornehmt und zwischenspeichert, nicht in eurem Livestore für eure Kunden sichtbar sind. Das wollt ihr natürlich vermeiden, wenn ihr einen Store habt, der schon läuft, wo regelmäßig Kunden drin sind, dass sich da gerade, wenn sie unterwegs sind, im Menü ständig irgendwas ändert, teilweise sich sogar Fehler einschleichen. Also, wenn ihr dann ein neues Menü hinzugefügt habt, alle eure Änderungen durchgeführt habt, ich habe das jetzt mal hier ein neues Hauptmenü genannt, dann müsst ihr das Ganze, um es wirksam zu machen in eurem Store, noch in eurem Theme-Editor im aktuellen Live-Theme verlinken. Dazu klickt ihr auf Online-Shop und Themes, klickt dann auf Anpassen eures aktuellen Live-Themes. Was ihr dann ganz einfach macht fürs Hauptmenü, ihr klickt hier oben auf Header und seht jetzt hier den Menüpunkt Menü und hier klickt ihr dann, hier ist aktuell das Hauptmenü verlinkt, hier klickt ihr auf Ändern, Menü ändern und verlinkt dann euer neues Hauptmenü. Uns wird jetzt nichts angezeigt, weil ich im Hauptmenü keine Menüpunkte erstellt habe, ich wollte euch nur mal zeigen, wie ihr das im Theme-Editor letztendlich verlinkt. Das Fußzeilenmenü, das ändert ihr an anderer Stelle und zwar hier unten, scrollt ihr runter im Theme-Editor, klickt hier auf Fußzeile bzw. auf den Pfeil und jetzt seht ihr, dass ihr hier einzelne Elemente drin habt, die ihr bearbeiten könnt. Wir haben jetzt hier zwei Menüs verlinkt, nämlich einmal rechtliches auf der linken Seite, Hilfe und Kontakt an dieser Stelle und auch hier könnt ihr die Elemente natürlich bearbeiten, indem ihr draufklickt auf Menü und dann hier unten das Menü ändert. Oder aber, wenn ihr vielleicht noch gar nichts drin habt oder noch was Drittes hinzufügen wollt, dann könnt ihr unten auf Block hinzufügen klicken und anschließt auf Menü und könnt dann hier eben auch ein neues Menü verlinken. So ändert ihr das Fußzeilenmenü, wie die Blöcke hier unten genannt werden, kann von Theme zu Theme ein bisschen unterschiedlich sein, aber das ist grundsätzlich der Ablauf. Und das war's, schon sind eure Menüs im neuen Store wirksam. Wie du siehst, ist Menü und Navigation relativ schnell angepasst und schnell geändert. Wichtig, achte unbedingt darauf, dass dein Menü aufgeräumt ist, dass dein Menü gut und sinnvoll strukturiert ist und deine Kundinnen und Kunden schnell zu den Produkten und Kategorien führt, die sie suchen. Dann kann so ein gutes Hauptmenü deine Conversion Rate echt steigern. Eine andere Sache noch an der Stelle, wenn du es leid bist, dich durch stundenlange YouTube-Videos zu wühlen, wenn du das Gefühl hast, deine Zeit verpufft und irgendwie klappt beim Shopify-Shop-Aufbau nicht so richtig, wie es soll. Und eigentlich bräuchtest du jemanden, den du irgendwie rund um die Uhr Fragen stellen kannst, damit du deine Zeit nicht mit Recherche verschwendest, dann schau dir unbedingt unser Shopify-Bootcamp an. Unser Bootcamp hat nämlich ein einziges Ziel, soll dich in Rekordzeit zu einem professionellen Online-Shop bringen, ohne Kopfschmerzen, ohne teure Agentur. Wenn das was für dich sein könnte, schau dir gerne den Link in unserer Beschreibung an und erfahre mehr zum Shopify-Bootcamp. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, dein Robin.